In China haben teurere Lebensmittelpreise die Inflation wieder stärker steigen lassen. Die Verbraucherpreise zogen im Dezember um 1,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Das geht aus Daten des Statistikamts hervor. Im November lag die Rate noch bei 1,6%. Von Reuters befragte Analysten hatten mit dem Wert zum Jahresschluss gerechnet. Im Gesamtjahr 2022 lag die Inflation bei 2% und damit unter dem Ziel der Regierung von 3%. Die schwächelnde Binnennachfrage infolge der Corona-Beschränkungen in etlichen Millionen Metropolen hatten die Inflation in China in den vergangenen Monaten gedämpft. Im Dezember gab China seine strikte Null-Covid-Politik auf, was zu einem sehr starken Anstieg der Infektionen führte. Die Nachfrage der Konsumenten sank ebenfalls, es kam zu Produktionsausfällen. Die Erzeugerpreise fielen im Dezember den dritten Monat in Folge. Sie lagen 0,7% unter dem Wert des Vorjahresmonats. Im November waren sie noch um 1,3% gesunken. Im Gesamtjahr 2022 lagen die Erzeugerpreise jedoch um 4,1% höher als im Jahr zuvor.